Das ist also die Love Squad. Unangenehme Hippie-Dumpfbacken wissen nichts von ihren eklatanten Privilegien, die ihre sogenannten bewussten Entscheidungen antreiben. Wollen sie heimlich mit dir schlafen? Dich besitzen? Nach Paris entführen? Ein Witz ist, dass ich mir vormache, einen Mann in einem Käfig zu halten. Würde mir helfen, ein besserer Mensch zu werden. Nein. Was ist dein Plan? Mein Plan ist, das alles hier zu vergessen und glücklich zu leben bis ans Ende meiner Tage mit Gigi in Manila. Andersons Jacktop. Selbst wenn er gemerkt hat, dass das Ding weg ist, ich habe meine Freunde suchen deaktiviert. Aber er hat nicht die Synchronisation seiner Messenger ausgeschaltet. Ich wusste, man muss für die Liebe alles tun. Also tat ich es. Ich habe getan, was ich tun musste, was immer nötig war. Ich liebe dich, Joe. Ich liebe dich auch. Ich bin ein Optimist. Und deshalb, Love, muss ich gestehen, ich kann es kaum erwarten, unsere Geschichte unseren Kindern zu erzählen. Ich weiß, es hat gerade erst angefangen. Aber so war es bei mir immer schon. Selbst als Kind. Ein Blick von einem Mädchen und ich überlegte, ob mein Nachname zu ihr passt. Ich will nur wissen, ob es dir gut geht, Love. Und ob es dir auch so weh tut. Scheiß Vorhänge. Ich... Was? Nein! Wer ist denn das? Er versteckt seine wahre Perversion hinter normalem Fetischismus. Schlau und böse. Ich meine nicht das Spielzeug, sondern dein Fäbel für Minderjährige. Wie zum Beispiel die da, oder? Ich werde ihn nicht töten, nur erschrecken. Damit er die Wahrheit sagt. Was machen Sie? Nein, was... Okay. Cand... Candice... ist der Grund, weswegen ich aus New York weg bin. Sie ist besessen von mir. Sie hat Freundschaften zerstört, Beziehungen. Ich musste meinen Job aufgeben. Okay, angenommen, du hast recht. Sie hat einen Knall. Eddie ist da allein, ich muss zu ihr. Ich weiß, sie braucht dich. Ich werde kein Wort sagen. Okay, scheiß auf Henderson. Denkst du, ich hätte auch nur eine Träne wegen dem Arsch vergossen? Und was auch immer dieses... menschliche Aquarium hier soll. Ich werde nichts erzählen. Ich werde nicht darauf hinlegen. also... Untertitelung des ZDF, 2020